Habe ich eigentlich eine Eisenröste? Natürlich nur zur Hälfte. Das heißt, wir können uns bei Gelegenheit auch mal wieder eine vernünftige Röste umbauen. Dann haben wir so ein bisschen Eisen überall innen unter ein kleines Häuschen. Dann wäre das eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder? Aber erstmal hier wieder lebend rauskommen und den Weg zurückfinden. Das ist auch wieder so ein Abenteuer bestimmt. Erstmal müssen wir hier sowieso ein bisschen drin bleiben. So. Dann hier wieder raus. Hallo. Hattake! Ich bin noch nicht sicher, ob ich Hattake machen möchte. Kein Pilz. Kein Pilz. Ach, du Guss, du Guss. Jetzt haben wir schon wieder raus. Das heißt, es ist auch keine richtige Höhle. Natürlich schade. Ähm. 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 Dann gehen wir nochmal hier wieder zurück. Zu unseren Creeperfreunden und so. Hallo! Hallo! Ja, die Zombie-Texturen von Honeyball sind immer noch nicht gefixt. Oder wahrscheinlich ist da einfach nur was falsch eingestellt. Ich weiß es nicht genau. Zwei Schweiz-Pulver. Ja. Können wir uns auch mit TNT den Weg durch irgendeine Dings bahnen. Oh! Hier ist noch eine Höhle. Ich gucke mal rein. Ah, ja. Das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Gut, dann machen wir uns mal eben hier so ein paar Pfeckechen. Ach, verdammt. Falsch gesetzt. So. Ähm. Hallo! Hallo! Ich war gerade im Inventar. Würdest du das bitte unterlassen, das nächste Mal? Und ein Zombie. Okay. Und kein Schwert mehr. Verdammt. Aua! Geh weg! So, der ist schon mal weg. Der ist weg. Sehr schön. Oh, ich hasse es. Draußen so im freien Gelände. Überall könnte irgendwas sein. Überall ist da meistens tatsächlich irgendwas. So, da ist der Creeper und da ist ein Creeper. Und... Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ich will hier nicht sein! Dass ich auch nicht warten kann, bis dann tatsächlich mal der Tag wieder anbricht. So in der Höhle. Sondern nein! Das Mammut muss ja auch unbedingt hier auf Höhlentour gehen. Und wird wahrscheinlich eh keine finden. Keine wirklich große. Weil ich natürlich ein bisschen schade finde. Oder finden würde. Nein! So hier ist noch ein bisschen Höhle. Gucken wir uns hier nochmal um. Kohle. Kohle. So hin. So hin. Abbauen. Und ich gehe gleich wieder in eine riesige Schluchtfalle. Das muss ich jetzt auch nicht wirklich haben. Was das auch wirklich für große Kohleadern sind. Das ist faszinierend. So. Meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Und jetzt mal hier raus bauen. Und dann da drüben mal gucken gehen. Es sieht schon besser aus nach Höhle. oder nach Schlucht aber ich höre auch Höhengeräusche Gott aber ich muss doch wahrscheinlich runter um so eine gute Hülle zu gelangen na dann mal auf auf brauchen wir uns hier mal so ein Treppchen runter oder sowas wir wollen ja auch hier irgendwann mal weiterkommen nicht nur was unsere Baukunst angeht sondern auch so anderes Zeug halt so Inventar mäßig und so sollten wir natürlich immer up-to-date sein und ist aber auch dunkel da mag es doch nicht wenn es so dunkel ist obwohl eigentlich mal wieder schauen wenn es dunkel ist aber ich mag nicht wenn er dunkelheit Monsters braucht und da haben wir auch schon den Boden mehr oder weniger erreicht nur sicher gehen dass mir hier als Creeper gleich hoch geht ist alles ok oder scheint alles ok zu sein hier ist alles ok hier ist weiß ich noch nicht erstmal laufen und Fackel setzen laufen und Fackel setzen Creeper allöschön auch hier wow ok Fackel setzen da muss ich auch noch mal gucken erstmal in der anderen richtung alles sichern da oben alles sichern überall ist hier wieder was ich hasse Zombies sind so nervig nix drauf wir wollen einfach immer nerven immer soll ich hier erstmal alles ausleuchten bevor ich hier wieder alles abbaue wow wow das war nur Fledermaus ok ok auch nur Fledermaus ok hier oh Gott hallo bist du hier mal nein alles Sackgasse ok und ohne irgendwelche Mineralien doch hier sag ich doch wollte ich schon sagen eine Sackgasse ohne irgendwas nicht mal Kohle das wäre dann ein bisschen schade liegen da ist ja noch alles gut gegangen so da kann ich noch gar nicht runtergehen den machen wir auch nicht wieder erkunden erstmal hier alles was es hier so gibt bauen alles ab alles meins dumm 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 so das ist meins das ist meins das ist meins machen wir uns hier nochmal ein bisschen breit vielleicht soll ich das hier vorne nochmal ein bisschen ausleuchten ne das wäre vielleicht keine verkehrte Idee ok ich war damit hier nicht durch Zufall irgendwas spawnt was uns irgendwo runterschubst oder sowas so das haben wir da kommt so schnell nichts hoch da irgendwo war doch noch an der Seite so ein Ding zum hochgehen wo irgendwo irgendwas rauskommt könnte hier im Moment scheint mir das ok zu sein ok ja ich würde schon sagen das grüne was ich da gerade gesehen habe eine riesen creeper direkt von meiner Nase aber nein das war ein erfahrungspunkt da ich stehe hier auch damit ich die Kohle krieg so dann die Kohle hier oben und natürlich auch wieder jede mehr Kohle ist ja komm dann brauchen wir jetzt hier wieder ein Erdchen mit dem ich ein bisschen hochpudeln kann zack das hat er da super hingehauen so woher kommen die hier auch alle herkommen so mach mal schneller schnell so und du noch her und du noch her alles hier muss meins sein jetzt klettern wir hier mal kurz hoch damit wir die Kohle hier auch ergattern können ja Kohle kriegen wir hier in Massen aber aber was wichtiges wie Eisen Redstone Diamanten schon gar nicht sowas gibt es ja wirklich nicht ok irgendwas wieder Zombie 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 Kombi oder nicht das ist gut können wir hier eine Kohle die Kohle abbauen Sonne und alles mit zack und zack und zack und zack und zack Komm, dann machen wir jetzt hier mal so einen Durchgang. Nehmen wir hier gleich mal das Eisen mit. So, Sommerschlussverkäufe. Ja, was ich daran einfach furchtbar finde, ist, dass die Leute, also die Unternehmen wirklich eigentlich nur mit Prozenten quasi die Leute in ihr Geschäft anducken wollen. Weil, wenn man teilweise mal wirklich nachrechnet, sind das nicht die 33% oder sowas, die da tatsächlich an andere was geben oder sowas. Ne, manchmal sind das weniger Prozent, eindeutig. Oder unter Umständen kann man auch Glück haben und hat eigentlich sogar noch mehr gespannt, was drauf steht. Ja, da muss man, kann man gut mal drauf achten. Wenn er mal wieder Winterschluss verkauft ist oder sowas, das ist ja jetzt demnächst, dann kommt das ja auch wieder. Und das wird dann ähnliche Konsequenzen dann haben. Sondern quasi mehr oder weniger zahlt, ob es eigentlich draufsteht oder angepriesen ist. Und das finde ich hier nicht okay. So. Oh Gott. Ah! Scheiße, scheiße! Ah! Oh Gott! Du scheiß Zombie! Ah! Einmal kurz auslangen. Weil es leckt so extrem. Ah, es leckt! So. Wo ist jetzt Mr. Zombie? Ich möchte hier wieder hoch. Das gefällt mir nicht. So. Oh, das scheint alles okay zu sehen. Ich will das Eisen. Neh, ich mir doch mal das Eisen, oder? So. Oh, das habe ich. Das ist meins. Oh, das ist hier mal kurz rumsehen. Ja. Ja. Ja, vielleicht könnte ich auch mal eine andere Playlist anmachen. So. Damit hier nicht so ultrafröhliche Musik teilweise ist. Spannung. Oh, hier gibt es viel Eisen. Sehr viel schönes Eisen. Auch sehr viel Dunkelheit. Mein Eisen. Ich hätte es gern. Danke. Ja, das ist ein Skelett. Wie kam ich auf jeden Fall mal her? Oh, ich hätte gern das Eisen da drüben. Das sind auch viel zu viele Gegner. Bleib weg. Weg, 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 weg. Weg. Und ich wundere auch, ob ich hier unten so viel sehen kann. Das ist eine Einschränkung bei Optifine, die ich vielleicht gemacht habe. Persönlich. Ist das Marad? Ist das Marad? Ich habe noch nie Sparad im Spiel gesehen. Was sieht das noch mal liebend aus? Nein, 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 nein. Oh, cool. Oh Gott. Vielleicht mal ein Brötchen essen hier in Sicherheit. So. Noch eins hinterher. Dann versuchen wir mal die Sparad zu bauen. Ja, das ist tatsächlich Sparad. Das erste Mal in meinem Minecraft-Leben, dass ich Sparad sehe. Da sind ein paar Knochen. Wollte ich gern. Oder auch nicht. Wow. Okay, ich hätte sie lieber nicht. Ich entschuldige mich. Nein, 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 nein. 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 Ich werde da nie wieder hinfinden. Nein. Scheiße. Nein, da laufe ich jetzt nicht noch mal so hin, ne? Nein. 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 Das kann ich sein. Ach, scheiße. Das ist ja ärgerlich, ey. Na gut. Da haben wir jetzt in der Mischung was verloren. Einiges. Ja, das lässt sich grad nicht ändern, ne? Tja, so schnell ist das Glück auch wieder vorbei. Gut, dann bauen wir uns jetzt hier mal eben ein bisschen was Neues. Einmal ein paar Stöckchen. Dann machen wir uns hier mal ein paar Schwerter. So, zack. Und Spitzhacken. So, drei. Dann sprinten wir gleich nochmal dahin, in der Hoffnung, wir finden da nochmal was. Ähm, ne Rüstung machen wir nochmal kurz. Einmal ein Helmchen. Dann eine Brustplatte. Zack. Und... Ne Hose. Und mehr haben wir leider nichts. So, anziehen, anziehen. Anziehen. Fackeln brauchen wir noch. Das leckt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wieso? So, und jetzt ganz schnell, aber auch ganz schnell dahin. Na, Tür zu. Pasern. Das war's für heute.